Hallo, wir zeigen euch heute einen Zaubertrick. Jetzt fangen wir an. Such dir einen Stapel aus, entweder mit 3 oder 7 Chips. Du hast dich für den 3er Stapel entschieden. Ich wusste, dass du den 3er Stapel nimmst. Lies dir durch, was auf dem Deckel steht. Du hast dich für den 7er Stapel entschieden. Ich wusste es. Ihr braucht eine Box, 17 Chips, Tesa, eine Schere, ein Zettel und ein Stift. An den Deckel der Box klebst du einen Zettel. Auf dem steht, du wählst 3. In die Box packst du 7 Chips. Auf den Tisch packst du 2 Stapel. Einmal mit 3 Chips und einmal mit 7 Chips. Nun suchst du dir einen Zuschauer. Den fragst du, welchen Stapel er nimmt. Nimmt er den 3er Stapel, sagst du, ich wusste, dass du den 3er Stapel nimmst. Lies dir durch, was im Deckel steht. Wähl dir aber den Stapel mit 7 Chips, schüttelst du die Box und öffnest sie. Und sieh nur, es sind tatsächlich 7 Chips. Ich wusste, dass du den Stapel nimmst. Ich wusste, dass du den Stapel nimmst. Ich wusste, dass du den Stapel nimmst. Ich wusste, dass du den Stapel nimmst.